Du willst wissen, wo du das G36C in Ghost Recon Breakpoint findest? Nun, welches davon? Denn es gibt sogar zwei G36C im Spiel. Einmal die G36C Scout, das ist ein Präzisionsschützengewehr, und das G36C, das Sturmgewehr. Wenn dir mein Content gefällt, abonniere auf jeden Fall meinen Kanal und gib dem Video einen Daumen hoch. Danke dir! Die Scout-Variante findest du ganz einfach in Ubisoft Connects. Am PC drückst du im Spiel auf Shift-F2, klickst auf Belohnungen, und dann kannst du hier die Blaupause für das G36C Scout für ein paar Units kaufen. Ich glaube, es waren 40 Units oder so, die das gekostet hat. Auf Konsole weiß ich nicht, wie sich dieses Overlay öffnen lässt, aber du kannst auch mit dem Handy auf die Ubisoft Connect Webseite gehen und das dort einlösen. Die Sturmgewehr-Variante des G36C findest du im Spiel in der Region Whalers Bay in der Flugwerkfabrik. Und zwar ist das dort in diesem großen Hauptgebäude. Als Biwak empfehle ich das Biwak am Grey Clasier, denn von dort aus kannst du ganz einfach von dieser Plattform aus per Fallschirm in den Compound reinfliegen. Wenn du in der Basis bist, hier oben ist das Biwak, dann gehst du einfach hier in das Gebäude rein und das G36C Sturmgewehr befindet sich direkt hier an der rechten Seite. Viel Spaß damit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017